Mh, dieser Duft und dieses Aroma. Der Kaffee aus Ihrem neuen Nivona Kaffeevollautomaten ist wirklich ein Hochgenuss. Klar, Sie verwenden ja auch die besten Bohnen, aber die allein sind es nicht. Es ist vor allem auch das Wasser, das großen Einfluss auf die Qualität Ihres Kaffees, die optimale Funktion und die Lebensdauer Ihrer wertvollen Maschine hat. Für unsere Kaffeevollautomaten wurden daher spezielle Wasserfilter entwickelt, die in mehrfacher Hinsicht für perfekten Kaffeegenuss sorgen. Erstens entziehen spezielle Ionentauscherharze dem Wasser die kalkbildenden Stoffe und schützen so Ihre Maschine zuverlässig vor Verkalkung und deren Folgeschäden. Auch Schwermetalle wie zum Beispiel Blei, Kupfer und Eisen werden effektiv reduziert. Zweitens stellt ein Feinfilter sicher, dass Partikel wie etwa Sand oder Rückstände aus den Rohrleitungen nicht in Ihr Gerät eindringen und dort Schäden verursachen. Drittens reduziert hochwertige Aktivkohle eventuell vorhandene Schadstoffe wie zum Beispiel Pestizide oder Medikamentenrückstände und eliminiert störende Geschmacks- und Geruchsstoffe wie etwa Chlor aus dem Wasser, sodass sich das perfekte Kaffeearoma entfalten kann. Und apropos perfektes Kaffeearoma, alle in unserem Spezialfilter enthaltenen Materialien sind für den Kontakt mit Trinkwasser zugelassen, frei vom Weichmacher bis Phenol A und werden regelmäßig von externen Labors überprüft. Für feinsten Kaffeegenuss, dank optimal aufbereitetem Wasser. Jeden Tag, für viele Jahre. Untertitelung des ZDF für funk, 2017